Ich schaue mir gerade den Bitcoin-Preis an und genau das Thema werden wir heute besprechen. Wir werden das Thema Krypto-Kurinsis besprechen oder Krypto-Währungen auf Deutsch. Der Bitcoin steht jetzt gerade auf 16.479,29 Dollar. Wer hätte das gedacht, dass Bitcoin von knapp 70.000 jemals wieder so weit runter geht, Ethereum jetzt aktuell bei 1209 Dollar. Wer hätte das gedacht? Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Die Frage ist einfach nur, wenn es ums Investieren geht, welchen Zeithorizont verfolge ich und was sind eigentlich meine Ziele? Das Interessante ist, wenn es um das Investieren geht, dann ist der Markt, egal ob das jetzt Krypto-Währungen sind oder ob das der klassische Finanzmarkt ist. Das ist, glaube ich, der einzige Platz auf der Welt, wo die Leute wegrennen, wenn es einen Sales gibt. Also wenn es Sales gibt im Einkaufszentrum, bei irgendwelchen Marken oder was auch immer, dann ist der Laden eigentlich voll. Im Investmentbereich ist der Laden leer. So läuft leider unsere Welt. Sie läuft zyklisch und sie läuft psychologisch und es wiederholt sich immer und immer wieder. Wir bewegen uns in Aufwärts- und in Abwärtstrends und die Strategie zählt dabei. Deswegen unterhalten wir uns auch heute über ein wirklich interessantes Thema und zwar das Thema Investieren in Kryptos beziehungsweise Investieren in Märkte, die wir gerne die neuen Märkte nennen. Wie funktioniert so ein neuer Markt? So ein neuer Markt funktioniert in der Hinsicht, dass er meistens schlecht oder gar nicht reguliert ist. Das heißt, es gibt sehr viele schwarze Schafe auf diesem Markt. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Möglichkeiten, in kürzester Zeit sehr viel Geld zu verdienen, aber natürlich auch zu verlieren. Sogenannte Boom and Bust Cyclists, das kennen wir bereits aus der Dotcom-Zeit. Damals haben Menschen Millionen verdient und andere Menschen haben Millionen verloren. Man muss einfach eins wissen, wenn jemand sehr, sehr viel Geld verdient am Markt, gibt es einen anderen, der sehr, sehr viel Geld verliert am Markt. So funktionieren Märkte normal. Und aus diesem Grund haben wir uns schon vor einiger Zeit dazu entschlossen, Krypto-Portfolio-Management anzubieten. Das heißt, wir managen Accounts, wir managen Portfolios von Klienten von uns und versuchen ohne große Emotionen dafür zu sorgen, dass diese Portfolios wachsen. Und zwar über einen gewissen Zeitraum. Und da müssen wir ganz klar die Zyklen beachten. Und zwar, welche Zyklen gibt es in solchen Investitionsmöglichkeiten? Wie lange dauern diese Zyklen? Von was sind diese Zyklen eigentlich abhängig? Und wann darf ich Panik haben? Und wann sollte ich im Kaufrausch sein? Und da gibt es ein ganz klares Keyword und das nennt sich antizyklisch. Und die Strategie der Investition ist unfassbar wichtig. Die meisten Menschen, die Geld verlieren, verlieren Geld, weil sie emotional handeln. Da gibt es eben klassische Beschreibungen wie FOMO, ausgeschrieben Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Das ist meistens, wenn der Kurs rapide nach oben geht, wo dann viele Leute reinspringen, weil sie denken, es geht noch weiter nach oben. Meistens ist es dann genau das Gegenteil. Und da muss man einfach ganz eine wichtige Regel beachten. Und zwar, wenn ich kaufe, gibt es auf der anderen Seite jemanden, der verkauft. Und wenn ich verkaufe, gibt es auf der anderen Seite jemanden, der kauft. Wenn ich das weiß und wenn ich das verstehe, dann kaufe ich natürlich dann ein, wenn Leute in Panik verkaufen. Und ich verkaufe dann, wenn Leute in Panik kaufen. Das ist psychologisch gesehen hochinteressant und sehr brisant. Wir verwalten Portfolios von unseren Kunden seit vielen Jahren. Und gerade in Zyklen, die nach unten gehen, gibt es natürlich sehr, sehr viel Panik. Und viele Menschen verlieren die Geduld oder haben Angst, noch mehr zu verlieren. Aber Fakt ist, solange ich nicht verkauft habe, habe ich den Verlust natürlich nicht realisiert. Und wenn die Kurse im Keller sind, sollte ich eigentlich einkaufen, anstatt zu verkaufen. Und warum? Haben wir gerade gelernt. Weil auf der anderen Seite immer jemand sitzt, der kauft. Da gibt es dann wieder Wörter wie Smart Money. Das heißt, wenn die Kurse im Keller sind, ist das Volumen sehr oft hoch. Warum? Weil es Käufer gibt, die günstiger einkaufen. Was passiert nach einem Crash oder was passiert nach einem Bärenmarkt? Es kommt ein Bullenmarkt. Die Welt ist zyklisch, die Märkte sind zyklisch, das gesamte Universum ist zyklisch. Jetzt nehmen wir an, Sie oder Du sind Unternehmer, haben Ihr Kerngeschäft, auf das man sich fokussiert. Und dort entstehen dann Gewinne, die sollen dann diversifiziert investiert werden. Und ein Teil davon ist Krypto. Natürlich muss man sich mit dem Markt Krypto beschäftigen, man muss sich mit den neuen Märkten beschäftigen. Und das ist natürlich gerade in einer Zeit einer vierten industriellen Revolution, ist das sehr, sehr rasant. Das heißt, es bewegt sich sehr, sehr viel und es verändert sich sehr, sehr viel. Wir gehen von einem Projekt ins nächste, ins nächste. Die Projekte überholen sich gegenseitig, Konkurrenz kommt rauf. Es gibt viele sogenannte Scams, Betrüger auf dem Markt, die natürlich Geld abschöpfen wollen. Es gibt viele Menschen, die Geld verdienen und Geld verlieren. Das heißt, ich brauche eine Strategie, wenn ich investiere. Und ich brauche eine Strategie, die ich auch durchziehe, und zwar bei einem gewissen Zeitraum. Der Zeitraum muss vielleicht manchmal verlängert werden. Wenn ich in die richtigen Projekte investiere, heißt das nicht, dass ich verliere, wenn der Kurs gerade im Keller ist, sondern es heißt, dass ich weitere Chancen habe, nachzukaufen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, das zu beachten. Und aus diesem Grund verwalten wir Portfolios, Krypto-Portfolios von unseren Kunden. Wie funktioniert das exakt? Wir öffnen ein Konto bei einem Exchanger, wie zum Beispiel Kraken oder Binance. Unser Kunde sendet dort Fiat-Geld, Euros, US-Dollar, Schweizer Franken, britische Pfunds. Und ab dem Zeitpunkt entsteht die Möglichkeit zu kaufen und zu verkaufen, und zwar Kryptos. Das heißt, ich verkaufe meine Fiat-Währung, meine Dollars, meine Euros, meine Schweizer Franken oder meine Pfund oder was auch immer, welche auch immer Währung ich habe, und kaufe dafür zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP oder wie diese Währungen alle heißen. Da gibt es dann tausende von denen. Und das Ziel ist es natürlich in erster Linie, ich rede jetzt mal von Anfängern, gegen den US-Dollar oder gegen den Euro Gewinne zu realisieren, indem der Kurs der Kryptowährung im Vergleich zu der Fiat-Währung steigt. Das heißt, wenn ich dann verkaufe, habe ich dann mehr Euros, mehr US-Dollar. Und für Professionelle geht es darum, einen Gewinn gegen den Bitcoin oder gegen den Ethereum, also gegen die größten Währungen zu realisieren und mehr Bitcoin oder mehr Ethereum zu generieren, um dann langfristig auch von deren Wertsteigerung zu profitieren. Jetzt ist das emotional nicht immer einfach. Also es gibt keinen perfekten Einstieg in einen Kurs. Es gibt auch keinen perfekten Ausstieg in einen Kurs. Das heißt, man muss Strategien entwickeln und eine der Strategien, die wir verfolgen, ist die sogenannte Dollar-Cost-Average-Strategie. Das heißt, wir kaufen nicht zum heutigen Tag um Preis X, sondern wir kaufen zum heutigen Tag um Preis X, zum morgigen Tag um Preis X, in der nächsten Woche, im nächsten Monat, je nachdem, welche Strategie wir verfolgen. Das heißt, wir nehmen diese Auf- und Abwärtstrends mit, kaufen einmal ein bisschen höher, einmal tiefer, einmal höher, einmal tiefer. In einem Abwärtstrend kaufen wir immer und immer wieder zu immer besseren und besseren Preisen, bis der Trend wieder nach oben geht und holen somit wesentlich mehr Profit auf dem Weg nach oben mit. Wie gesagt, die Emotion spielt dabei immer eine Rolle. Wenn man professionell ist, versucht man die Emotion auszuschalten. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn man das Portfolio managen lässt und dafür eine gewisse Summe zahlt. Das heißt, Portfolio-Manager verlangen in der Regel eine Management-Fee. Das ist abhängig von der Vereinbarung, aber normalerweise ist das 1% vom Kapital pro Jahr und sie verlangen eine Success-Fee, also eine Erfolgs-Fee und diese Erfolgs-Fee basiert, wie gesagt, auf dem Erfolg, auf dem Profit. Das heißt, wenn man im Portfolio um 10% steigt, bekommt der Manager von diesen 10% zum Beispiel 10% Provision. Das ist, wie gesagt, Vereinbarungssache. Das heißt, das Thema Dollar-Cost-Average ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich weiß nie, wo der perfekte Einstiegspunkt ist. Ich weiß auch nie, wo der perfekte Ausstiegspunkt ist. Wenn es um den Ausstieg geht, sprich, wenn der Markt nach oben geht, steige ich auch nicht am Tag X mit meinem gesamten Investment aus, sondern ich verkaufe sukzessive. Das heißt, auf dem Weg nach unten kaufe ich sukzessive. Wenn ich kein Kapital mehr habe zum Kaufen, dann warte ich, bis der Markt wieder nach oben geht und bleibe ruhig. Deswegen immer nie mehr investieren, als ich bereit bin zu verlieren, damit ich nicht darauf angewiesen bin, im Falle eines Downtrends aus Gründen der Liquiditätsprobleme zu verkaufen, im Verlust vielleicht zu verkaufen, sondern ich kann es abwarten. Auch wenn ich aktuell kein Kapital habe zum Investieren, warte ich einfach darauf ab, bis mein Wert dorthin geht, wo ich gekauft habe oder darüber hinaus mit Profit. Und dass der Swing wieder nach oben geht, das ist nicht Zufall, sondern das ist Teil unserer Zyklen. Es kann natürlich sein, dass ich mich sehr spekuliere, dass ich also in Investments investiere, die nie wieder nach oben gehen, Unternehmen, die in Konkurs gehen, die vom Markt verschwinden, Betrügereien, Scams, es gibt alles auf dem Markt. Aber wenn ich mich ordentlich informiere über den Markt und langfristig in Projekte investiere, die gute Teams haben im Hintergrund, wo ich sehe, okay, da ist etwas passiert, da passiert weiterhin was, wo es Updates gibt und wo ich sehe, die Teams arbeiten weiter, weil die Teams sind nicht abhängig davon, also nicht unbedingt abhängig davon, wie der Markt aktuell funktioniert. Das kann man eigentlich abtrennen. Das heißt, der Chart eines Unternehmens heißt, ich rede jetzt von Krypto, der Chart eines Unternehmens heißt nicht zwingend, dass das Unternehmen am Boden ist, sondern es heißt einfach, dass die Märkte vielleicht aktuell im Downtrend sind. Das heißt, dass die Märkte aktuell runtergehen. Das hat aber sehr oft in Krypto nichts mit dem Unternehmen zu tun, wenn das Unternehmen seriös ist. Deswegen muss man die Nerven behalten. Wir sind in Krypto investiert nicht um 2-3% im Jahr zu verdienen, sondern wir sind in Krypto investiert um 10-20-100-fach zu verdienen und das ist etwas, das ich selber erlebt habe. Ich bin persönlich seit 2017 in Krypto und das ist etwas, was auch wieder passieren wird. Das heißt, wenn ich mir die Kurse aktuell anschaue, wenn ich mir Bitcoin anschaue auf 16.000, dann denke ich, oh mein Gott, ich hätte mir nie gedacht, dass das jemals wieder dorthin geht. Aber gleichzeitig habe ich absolut kein Problem damit, weil ich weiß, ich kann jetzt günstig Bitcoin kaufen. Ich kann jetzt günstig investieren. Ich investiere jetzt im Sale. Wenn es noch weiter runter geht, dann ist es gut, weil ich kann weiter investieren, weil ich weiß, dass Bitcoin, Ethereum und die großen Währungen im Minimum wieder dahin gehen, wo sie waren, aber wahrscheinlich wesentlich höher. Meine Prognose für Bitcoin für die nächsten 1,5 Jahre. Bitcoin wird definitiv nach dem Halving auf 150.000 bis 180.000 Dollar gehen. Da bin ich felsenfester überzeugt. Rein mathematisch ist das so. Deswegen wird Bitcoin auch die anderen substanziellen Währungen beziehungsweise Kryptos wie Ethereum, wie XRP, wie Prokodot, wie Cardano, wie VeChain zum Beispiel, also Kryptos und Projekte, Blockchain-Projekte, die schon sehr länger auf dem Markt sind, wird nach oben ziehen. Das heißt, wir werden die All-Time-Highs wiedersehen. Wir werden die All-Time-Highs wieder überholen. Nicht mit allen Investments. Das ist auch nicht der Plan. So funktioniert Diversifikation auch nicht. Wir diversifizieren nicht, weil wir denken, dass alles nach oben geht. Da könnten wir einfach auch noch in eins investieren. Sondern wir diversifizieren, um die wichtigen Projekte rauszukristallisieren. Wir wissen am Anfang noch nicht, welches Projekt tatsächlich den absoluten Durchbruch haben wird. Aber es wird zumindest eins oder zwei oder drei davon sein. Und die werden die Verluste, die man bei anderen Investitionen generiert hat, wettmachen. So funktioniert Investieren in Krypto in den Nutshell. Es geht um Emotionen, und zwar um ganz, ganz große Emotionen. Es geht darum, die Nerven zu behalten. Es geht darum, dass wir in einem Markt sind, der neu ist. Es geht darum, dass wir in einem Markt sind, der in die vierte industrielle Revolution geht. Ich hatte gerade ein Meeting mit einem NFT-Spezialisten gestern. Sein Name auch, David. Was passieren wird in den nächsten zehn Jahren? Das ist einfach unfassbar. Die gesamte Welt wird digitalisiert. Und wer jetzt die Nerven verliert, der verliert unter Umständen auch sehr, sehr viel Kapital und vielleicht sogar eine gesamte Zukunft in den nächsten Jahren. Life-Changing Opportunities ist immer noch da. Wir wissen aus der Vergangenheit, in Revolutionen, in industriellen Revolutionen, in Technologierevolutionen, gibt es immer Boom and Bust Cycles. Nichts hat sich unmittelbar durchgesetzt. Das können wir beim Automobil anfangen und beim Computer aufhören. Es gibt immer massive Probleme mit Regularien. Als Beispiel, als das Automobil auf den Markt gekommen ist, gab es den sogenannten Flagman, die Pferdekutschenhersteller und die Pferdehändler. Die haben natürlich gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Das wird sich niemals durchsetzen. Und die hatten damals die Macht, das war damals die Lobby. Und deswegen haben sie den sogenannten Flagman erfunden und auch Gesetze und Regularien für Fahrzeuge geschaffen. Das heißt, wenn ich ein modernes Automobil hatte, dann habe ich drei Personen gebraucht, um das zu betreiben. Ich habe einen Mechaniker gebraucht, der musste immer dabei sein. Ich habe einen Fahrer gebraucht, weil ich durfte selber nicht fahren. Und ich habe einen sogenannten Flagman gebraucht, also einen Flagman, der mit einer Flagge vor dem Fahrzeug spaziert, um alle Menschen davon zu warnen, dass jetzt ein Automobil kommt. Das Automobil hat sich aber durchgesetzt. Und die Pferdekutschen gibt es vielleicht noch irgendwo in Wien oder sonst irgendwo in Städten, wo man es aus Spaß mal macht, weil es schön ist. Aber niemand reist mehr mit der Pferdekutsche von einer Stadt zur anderen. Das Thema war vorbei. Wenn man auch noch bedenkt, dass es damals keine Straßen für Autos gab, sondern das sind meistens Pflastersteinstraßen gewesen oder irgendwelche verschlampten Geschichten, wo noch Pferde gut durchgekommen sind, wenn man denkt, dass die Infrastruktur für Fahrzeuge, als das Automobil auf den Markt kam, noch nicht existiert hat, dann weiß man auch, wie das in Krypto so abgeht. Die Infrastruktur wird erst nach der Idee geschaffen. Am Anfang kommt die Idee, dann kommt die Spekulation und die Investition, daraus entsteht die Infrastruktur und dann gibt es einen Markt, der langsam stabil wird. Warum investieren wir also jetzt schon in einen Markt, der nicht stabil ist? Na ja, ganz klar, wir haben die höchsten Chancen, massive Gewinne einzukassieren, aber das nur, wenn wir die Nerven behalten. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Kryptoszene. Flex Tragedies unterstützt seine Kunden beim Portfolio Management. Wenn jemand Interesse hat, ein Portfolio managen zu lassen, herzlich willkommen. Wir können gerne darüber sprechen und eins können wir Ihnen versprechen, wir halten die Emotionen aus dem Markt und wir sorgen dafür, dass wir Gewinne erwirtschaften, ob das innerhalb von einem Jahr ist oder innerhalb von zwei oder drei oder fünf. Das kann man nie sagen, aber wenn man langfristig denkt, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, sich auch in der Kryptoszene ein kleines Vermögen aufzubauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.